Ja, hi und herzlich willkommen zum neuen Video von Spielpirat. Und ja, ich muss mich gleich erstmal entschuldigen dafür, dass ich so lange keine Videos mehr online gestellt habe. Wird sich aber jetzt ändern. Wir haben also unsere Planung abgeschlossen, haben die Messe in Nürnberg besucht und haben unsere Zielplanung für das Jahr 2012 abgeschlossen. Und somit haben wir auch wieder viel mehr Zeit für euch und die Videos, die wir geplant haben. Und ja, heute, was seht ihr? Zwei String Launcher links, rechts. Ja, warum? Weil es aktuell ein bisschen Anlass gibt, wie bedient man diesen String Launcher eigentlich korrekt. Und das würde ich euch halt gerne mal vorführen, was das für welche sind, die wir hier im Angebot haben und wie man die richtig bedient. Also zuallererst haben wir hier einen Deckel, eine Schutzvorrichtung, die man auf beide Seiten draufstecken kann. Und wie man hier auch sieht, da geht es mal ein bisschen leichter, mal ein bisschen fester zu arretieren. Und ja, wir haben hier natürlich unsere String und richtig genau. Im Idealfall soll es natürlich ganz leicht laufen, wie es hier auch tut. Fährt auch schön ein, wie man sehen kann. Und das Ganze kann man natürlich auch in einen Launcher Grip einspannen. Und wie man es hier erkennt, haben wir hier diesen Wechselstecker, sieht man das auch scharf hier, ja. Genau. Um die Position zu verändern. Und wo ist genau das Problem? Also, dieser String Launcher ist sehr robust, den wir haben. Sehr, sehr robust. Ist nicht von Takara Tomy. Und da wir den in Deutschland ja nicht verkaufen dürfen. Und dieser ist aber auch nicht von Hasbro, weil Hasbro diesen erst gar nicht produziert. Und somit haben wir, ja, ich sag mal einen günstigen Anbieter gefunden, der aber Qualität produziert. Und produktionsbedingt, sieht man hier, ist es nicht hochglanzpoliertes Plastik, sondern, ja, sieht halt produktionsbedingt, so, wie soll man sagen, ja, durch den Produktionsschritt, dass sie in Massen produziert werden und halt ohne separate Verpackung versendet werden. Und so leichte Abschrammungen, was meines Erachtens aber kein großes Problem darstellt, da die Funktion definitiv entscheidend ist und das, was man sonst kaufen kann, halt leider etwas, naja, schrottig ist von der Qualität. Dennoch gibt es ein paar Leute, ähm, die ein Problem hatten, auch mit unseren String-Longern hier, wie man sieht, sie funktionieren. Wir haben hiermit überhaupt gar kein Problem. Ähm, am besten ich zeige es euch mal anhand eines Beyblades. So, nehmen wir hier mal den Rest-Striker, wie ich den abziehen kann. Wie wir sehen, ich kriege hier einen Vollspeed drauf, es klappt, alles mit dem String-Launcher. Ich will es euch nochmal zeigen, dass ich nicht aus dem Bild ziehe. Es ist der, der funktioniert. Was kann man falsch machen bei der Bedienung? Wie gesagt, habe ich gesagt, hier gibt es ja diese Arretierung, mal hakt sie mehr ein, mal weniger stark. Das Problem, was man haben kann, dass man den vergisst, ja, oder nicht richtig raufspannt. Also, wenn der nur so leicht, wie wir hier sehen können vielleicht, hör mal so, normal hakt er bis da ein. Wenn ich ihn jetzt nicht ganz einspanne und ziehen will, dann klappt das noch. Wenn ich ihn gar nicht einspanne, dann gibt es hier einen Widerstand. Drehe ich ihn wieder rein, funktioniert alles. Wenn, und das ist leider der Fehler, den viele, viele gemacht haben, ich das Ding jetzt nicht richtig arretiert habe oder ganz weglasse, ist vollkommen egal. Und jetzt hier, dann passiert erstmal nichts. 60 Dollar und jetzt blutet mir schon fast das Herz, aber ich werde jetzt mal einen intakten Stringlauncher für euch zerstören. Habt ihr gehört? Er zieht sich zwar ein, noch ist nichts großartig passiert. Ich kann da mal ausprobieren, was passiert. Oh, jetzt ist er schon mal hängen geblieben. Er hat nicht mehr so ganz die Übersetzung, er hört sich auch ein bisschen schrottig an. Nehme ich ihn ein bisschen raus. Macht man das zweimal an. Es geht immer leichter. Er zieht sich auch noch ein, so ein bisschen. Wie wir sehen können, ich habe keinen großen Widerstand mehr, ich kann den Deckel auch draufsetzen. Das Problem ist nur, oh, merkt ihr, weil ich den festziehen möchte, er hat keinen Widerstand. Ziehe ich jetzt, passiert gar nichts mehr. Das heißt, hiermit ist die Technik in drinnen zerschrottet und ich kriege nichts mehr hin. Und dann kommt natürlich die Reklamation, hey, das funktioniert nicht, der ist kaputt gegangen schon nach den ersten Malen und so weiter und so fort. Jetzt kann man nichts mehr dran machen. Innen drin, die Technik ist dann einfach mal geschrottet. Das passiert bei Original Takara Tomi, das passiert bei dem. Wichtig, diesen Deckel immer richtig festgezogen haben. Zumindest immer genau im Anschlag. Und wenn man den leichten Gang hat, dann ist es überhaupt kein Problem. Und dann kann man hier auch wunderbar abziehen. Ich habe meins wegen Launcher, den ich auch immer zu meinen Videos vorgeführt habe und so weiter, der funktioniert, der läuft die ganze Zeit, da ist nichts dran kaputt gegangen. Oh, jetzt habe ich den daneben gezogen. Mach's nochmal. Und ich zickere jetzt hier mit der anderen Seite. Warte mal. Ich bin ja kein Linkssender, ne? Und es funktioniert einwandfrei. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, schreibt es in die Kommis. Ich antworte gerne drauf. Ich werde auch wieder viel aktiver auf YouTube tätig sein. Und ja, freue mich auf die Dinge, die hier kommen. Also es kommen sehr viele neue Videos. Und ja, wenn ihr auf Facebook vorbeischaut, ne? Facebook.spielpirat.de und das Video auch liked dort, beziehungsweise seid auch eine Freundschaftsanfrage gestellt. Freuen wir uns natürlich. Und es läuft auf Facebook auch eine aktuelle Umfrage. Die werde ich da auch am Leben erhalten. Was soll Spielpirat als nächstes oder doch in diesem Jahr noch mit aufnehmen? Im Sortiment, da würde ich gerne von euch doch ein paar Ideen haben. Könnt ihr kommentieren, könnt ihr neue Antworten hinzufügen. Alles gar kein Problem. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich, euer Spielpirat.